Hallo zusammen, Aizoke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, andere nennen mich Entehüter, anzunehmen bei Gracus, auf den Ebenen von Onara, in diesem Gebiet, der patrouilliert hier in der Schatten zur Flucht. Vorquest war, einige nennen mich Käferfänger, jetzt macht der Titel auch Sinn, der Quest-Name. Und wir müssen Entchen füttern. Hallo? Hängen geblieben. Wir müssen hier hin. Und hier sind diese Entchen. Oh, wie süß! Rechts klicken und schon zählt es. Man muss gar nicht warten, bis der Gast durchgeht. Also zumindest auf dem Beta-Server muss man sie einfach nur anklicken, dann zählt es schon. Jetzt habe ich drei. Wo ist der vierte? Ist das da? Nö, das ist was anderes. Anscheinend besteht die Herausforderung der Quest, das letzte Entchen zu suchen. Gut, aber das werden wir auch finden. Passt auf, wir finden es. Es kann ja nicht verschollen sein. Wobei Beta, eventuell ist es verloren gegangen. Dahinten ist es nicht. Hier oben ist es. Schau. Oh. Haha. Okay. Schaut mal, da ist es. Es zieht hier seine Kreise. Ui. Okay. Sehr nette Quest. Und gezählt. Quest ist bereits zur Abgabe. Wo ist jetzt dieser Graku hin? Äh, der Junge. Ich sag's euch, wenn der nicht mal stillsteht. Hier ist er. Quest ist abzugeben bei Grakus auf den Ebenen von Onava in diesem Gebiet. Der Batou lebt ja, habt ihr ja öfter gesehen. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach das Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau.